Telefonkling Mann, Dicker, dieses Nachsitzen wäre gar nichts da. Ich bring euch etwas Richtiges bei. Es geht um Paypal, ich sag euch wie ihr Geld macht. Hört mir zu und ihr fahrt mit 18 einen Benzer. Nimm ein Blatt und Stift, schreib diese Methode auf. Wer weiß wie lang sie geht, deswegen nutzt diese Methode aus. Ihr geht zum Bitcoin ATM und legt da Geld rein. Scannt eure Wallet und da sollte dann das Geld sein. Aber bleibt lowkey, weil ihr grad auf Camp seid. Probiert am besten, dass ihr niemals auf Camp seid. Pass auf was ihr macht, macht es nicht zu Hause. Du brauchst VPN und Socks, hast du kein, geh einkaufen. Warte 10 Minuten, deine Bitcoins sind gleich da. Als Wallet nimmst du Blockchain, Gebühren sind fast gar nicht da. Schick deine Bitcoins jetzt auf bka.cards oder eine andere Seite, es ist deine Wahl. Kauf dir ein Paypal Online Banking, full info. Ist ja noch nicht hinterlegt, dann hast du ein Bingo. Starte VPN, dann starte deine Socks. Erstell ein Paypal-Konto auf die Daten deines OBs. Hinterleg eine E-Mail, hinterleg eine Nummer. Bestätige dann beide Sachen umgehend. Hinterleg das Online Banking jetzt im Konto. Bestätige es und schick dir 1000 Euro auf ein anderes Konto. Lass dich nicht erwischen, bleib am Ball und bleibe wach. Jetzt kannst du mir danken, dass du durch mich ein paar Tausend machst.